Hallo Hallo Tag gesagt hier ist wieder der Doktor wir spielen Minecraft weiter nutze jetzt aber mal die Musik hier vorne und jetzt hören wir auf 40 20 die hinten ist immer noch Dreck in der Hand der aber gar nicht sein soll das lagget bei mir, ach ich glaube ich weiß warum Videosettings Grafik fast oh hinten ist schon mal ein Böhmchen auch gleich noch abhölzen, drunter ein bisschen mehr noch im Wasser blubbern noch ein bisschen rum und dann werden wir jetzt mal noch ein bisschen durch die Gegend stapfen weil ich mir dann nämlich noch ja ähm äh äh mal gucken dann steig ich da jetzt mal hoch auf diesen Weg jetzt hab ich ja Glück und sie von da oben dann oh eine Wüste wo ich Kaktüsse finden können Ein bisschen Schäfchen Ja, mäh, mäh, du hast mich ja wieder mit Freunden umgebracht, mäh, 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 mäh. Jetzt auf jeden Fall immer noch dieser geile Wasserfrau. Uh! Ah, schon Zwirn, wo kamst du denn jetzt her? Man, du Penner. Men, yo. Oh, wenn wir mal rüber rennen, will ich nicht. Plupp. Lalalalalala, lalalalalala. Lalalalalala, lalalalalala. Ja, und jetzt rennen, sonst hab ich meine ganzen schönen, tollen Sachen einfach mal verkackt. Ja, 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 das wirklich wichtige habe ich ja schon mal. Oh, jetzt so. Ah, oh, noch ist er. Oha, der Creeper hat mich jetzt gerade mal voll genervt. Denn nein, oder? Jetzt wird es schon wieder Nacht. Hm, sonst kann ich gar nicht. Ja, wenn ich auf Expedition, Schilf, Schilf ist da unten, das ist fein. Ach, dann wollen wir jetzt noch Schilf erstmal wieder anarbeiten. Und jetzt wird wieder zurückgewatschelt. Und dann hoffen wir, dass wir niemandem begegnen. Bestimmt hier mal die Lava. Einfach mal so göttlich, geil, an der Oberfläche aufgekreuzt. Hier unten gammelt nur ein Huhn rum. Was mich nicht wirklich interessiert. Ah, da ist so ein Sünff. Ich gebe auch nicht in den Sünff. Oha, der war Glück. Diese war der Glücksbrunke. Oh ja, genau, wir klatschen nochmal im Haus. In die Wand patschen wir mal auch noch ein paar Fackeln rein. Was? Mhh, lecker. Noch blödes Wasser. Lajajajaja. Lalalala. Lala. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, da haben wir eine, 14.09 und 6 Sekunden, schön, ich habe Zeit Und ich habe das Gefühl, dass die Musik einfach mal Wesentlich zu laut ist Oh, 14 Ach, irgendwo soll die Minecraft Musik nicht so schlecht Nein Na gut Na gut, aber erst mal basteln wir noch ein Chessing World für DRAG? Nein, WEG. Es juckt mich in die Ohr. Mein zweiter Ofen noch. Nein, wir machen jetzt nichts in den Ofen tun. Menu. Es juckt mich wieder im Ohr. Bögen brauchen wir jetzt nicht. Ich wollte jetzt auch nicht meine Zucker. Da sind meine Sugarcane. Ich werde mich erneut auf einen Wipfel begeben. Creeper. Creeper sind dumm, stinken und hässlich sind sie ebenfalls. Die Liddy. Die Liddy. Die Liddy. Erinnerung ist eine Höhle. Unter liegt ein Stück. Was auch immer. Ja, Fall runter. Du bist dumm. Du kannst ja nicht laufen. Was machen wir, wenn wir Kohle finden? Wir bauen sie ab. Wir bauen sie ab. Wir bauen sie ab. Ja, das ist ja geil. Der ist? Wo kommst denn du her? Sag mal schön. Ja. 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 Kohle, 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 Kohle. Tralala, Kohle, Kohle. Kann ich genug davon bekommen eigentlich immer. Wee. Ja. Ähm. Warum gibt es hier... Warum gibt es hier... Warum gibt es hier Level, wo man einfach mal in der Wüste die ganze Zeit nur spawnt? Warum gibt es dann wieder irgendwelche Level, wo man... Keine einzige Wüste finde. Wünschen! Ah ja, dann cool. Piggledees und Friddle Ricks. Oh ja, der hat es jetzt reingehauen. Davon habe ich überall Wald. Oh! Oh, wieder so erschreckt. Ne, da geh ich jetzt nicht rein. Kannst mich mal kreuzweise. Aber Kürbisse gibt es da hinten. Cool. Uh, hier gibt es eine ganze Menge hier gleich. Okay. 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 Ja, guck mal nicht so. Ja, ist jetzt auch tot. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich wieder einen Grafik-Bug reingewirkt bekomme. Ja. 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 Und dann vertackele ich manchmal wieder auch zurück Hey, da habe ich nichts in der Hand Hm, ich kann nicht mehr sprinten, scheiße Ja, ich bringe jetzt mal hier die Birke ab Birke, 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 Birke Und was pflanzen wir denn da hin? Ah, ich soll aber nichts haben Da muss auch mal irgendwas rauskommen Egal Gekocken Ein Träder wächst und wächst und wächst und wächst Hier werde ich noch an meiner Travel Mission arbeiten Hier noch alleine mein Schöf Und mein Schöf Blenden wir hier hin Das sieht zwar jetzt gerade nicht so schön aus, aber Es erfüllt erstmal seinen Zweck Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Hölz Lalalala Aua Jetzt bin ich aber gerade erschreckt, was soll das denn jetzt? Und hier noch ein bisschen Das sind 8 Stück Und eine Kohle Da müssen wir noch 8 Stück machen Ein 6er Und das sind 8 Stück das kann ja auch nur mit da rein, hey das passt sogar ganz famos hier, weg weg weg, jetzt haben wir 8 Federn, 4 Knochen, etliche Holz, Gravier, Koppels, nee Koppels, dann kommt von das Scand Powder gewieses hin, Fackeln, das kommt auch noch hier rein, das ist zugemacht hier, so jetzt machen wir hier erstmal nochmal das da so zu, noch davon 2, sprich wir können uns noch eine Spitzhacke craften, ich möchte aber noch eine haben, also ich möchte insgesamt 2 haben, so hier und da, und dann so und dann noch, wir können ja noch 2 jeweils machen, cool, so, ähm, ja hiermit, relativ, 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 zugemacht hier, ja, hier ist auch noch ein Lebensspaß, dann auch die Eier, die können wir auch noch ablegen, die brauchen wir nicht, die Pumpkins brauchen wir auch nicht, so, die Sahnen, die kommen hier noch wieder nach unten, Fackeln brauchen wir noch, so, 1, 2, 3, 4, da, 1, 2, 1, so, dann kann das nämlich da bleiben, das kann auch noch da oben bleiben, das brauchen wir jetzt auch nicht da unten, und doch eine Schaufel brauchen, oder, da wurde nochmal so eine Steinschaufel, ja, schick, runter in der Mine, gerade gehen wir mal nach hier weiter, aber hier hinten gehen wir gleich mal weiter noch bergab, ich bin gerade voll unmotiviert, ähm, so, die Zeit sagt, es ist Zeit, komplett paradoxer Müll, aber gut, wenn es dem so ist, ist es dem so, ich bin, du kommst, du kommst, du kommst... Schöner, großer Tunnel. Heimat-Tunnel. Nee, das ist ja von Herrn der Elemente. Ach, das war noch coole Zeiten, wo das noch im Fernsehen gab und noch interessant und lustig war. Ja, ja. Aber ich schwelge in Erinnerungen. Allein schön. Hier noch ein bisschen Licht. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Was man damit machen kann ist in tollen Straßensicht basteln. Mal sehen, dass man nicht so finster ist. So, erstmal wieder hoch. Und jetzt rennt er wieder. Was ist los? Blab reinklatscht. Und da hinten kommt dann noch der Karriere. Da hinten ist die Gemühebox. 5, nein. Ich brauche aber 4. Somit brauche ich auch noch 1, 2, 3, 4. Nachbarn. Und dann kann ich mir schon wieder neue. Schön. Wieder neue Pfeile machen. Ah, nein. Geht da rein. So 16. Ah, schon 32. Und weil es so schön ist, gehen wir jetzt eine Runde gründen. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Tschüsskowski.